Opassige Geschichte Nummer 124 Weit ihr, das ist jetzt nicht der letzte Video von was wir hier in Opassige Geschichte nicht durchgegangen und eigentlich sehr excited zu sein, was wir hier voran lernen. Und ich dachte gerade so, was kann ich hier nun nach Taub holen, für was wir in Opassige Geschichte gesehen haben. Und weit ihr, eine andere Sache mit mir ist, du sind drei Dinge, die ich gesagt habe, wie hast du dich an Taub holen, was wir keine Opassige Geschichte sehen, was es passiert ist. Das erste Schritt ist, du und ich, wann wir Opassige Geschichte lesen und wie man dort leben, dort passiert es. Und was ihr in diesem Ding, mit wem dieitchen die wir schon reden, eigentlich nicht und vielleicht sind dann noch so dieitchen, die glauben da nicht. Aber die meisten olle dieitchen, ab diese ihr, die wollen sagen, ja, ich glaube, dass dort passiert es. Okay, die nehmen die Bibel auch und sagen, ich glaube, dass dort passiert es in Opassige Geschichte. Okay, und das zweite ist das, du und ich meinen, dort glauben, Gott, als du, wie Jesus wir. Oh, das ist ein großer Ding. Wer noch einmal sein. Gott, als du, wie Jesus wir. Okay. Du und ich meinen, der Gläubende Gott der ist, wie Jesus wir, was er ihr tun hat, was er hier bei ihr ihr tun hat, was er in Opassige Geschichte ist. Weißt du, wie man noch denkt? Hier wird Jesus an den Himmel vor. Und hier der Jesus, durch den Heiligen Jesu, durch Menschen schufen. Du bist also zu groß und sehr wichtig, dass wir Opassige Geschichte lesen. Und hier, wie wir glauben, dass Gott der ist, wie Jesus wir, das passiert nicht. Okay. Was Jesus in der Feier bräuft, in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, das passiert in Opassige Geschichte, durch die Kirche. Okay. Das sind die Dinge, die du und ich meinen sollen. In der dritte, denke ich, dass du und ich meinen Gläubende Gott anst, was wir tun hat. Ohhhh. Jetzt mach ich noch mal die Menschen ab. Aber wenn wir hier abbecken, ich will sagen, für die aus einer Mom, du bist vielleicht zu Hause, und du bist bloß mal deine Kinder erschaffen. Ich will sagen, Gott hat die berufen, für deine Kinder zusammen, für dich zu beten. Und dann wurde es berufen, er wollte Menschen sagen, du bist da, was du kannst, für dich zu beten, dich zu ernst. Und Gott hat die Momente, die ihr von 200 Jahren konnte haben. Und deswegen geläubt, wo die Opassige Geschichte geschrieben hat. Lebt, wo die Opassige Geschichte geschrieben hat. Und Gott wird dich segnen, für wer du bist. Du hast die Momente, wo du bei der Arbeit hast. Du hast die Momente, wo du im Wied hast, wo du immer hast. Wer hat die Gläubende, und wir wollen sein, wo Gott gehofft werden. Aber hier ist eine Erzählung, wo wir viermal haben. In dieser Frage, ich habe mir heute mal ganz kurz, mit dir zu lesen, warum ich nicht sein würde, das heißt, dass die Opassige Geschichte 28, Kapitel 28, 23 und 28 sagt, willst du vielleicht haf sich eine, bei der duftende Karsch, am dor Quatt gesungen. Die Uren sind schwer hierher hier verraten, und die Uren haben sie teuer gemerkt. Okay? Die Uren haben sie teuer gemerkt. Und das können sie mit der Uren sein und mit der Uren hier. Und mit der Quat verstanden. Und sich abmeern. Hör ich mir das hier sein. Und sich abmeern. Und dann nicht mehr ich mir das hier verletze. Das hör ich viel mehr nicht zu sagen. Das geht mir nicht zu sagen. Und dann würde ich anheulen. Okay? Das wird passiert. Was gerade in den Olden Testament gesagt hat, das war der Menschen. Aber ich würde sagen, das kostet du hier eine passende Geschichte. Ich habe das falsch, was wir haben gesagt. Du hast es, dass wir uns keine Uren tauschen. Du hast es, dass wir keine Uren tauschen. Du hast es, dass wir uns tauschen. Und du hast es, dass wir nicht waren gehalten. Nur das wird noch. Okay? Das ist ein Gott in den Vier. Das ist ein Gott in den Vier. Das ist ein Gott in den Vier. So, wenn du da bist, dann meint das so viel du und ich kann alles aufmerken. Wenn wir uns aufmerken, 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 dann wollen wir uns sagen. Viele Menschen sagen von dir und Oh, ja, das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Das ist ein Wunder. Okay? Das sind bloß viele Wunder. Das hört ich nicht so viel. In der ersten Welt ist es zu groß und viel. Menschen sagen das. Aber weißt du was? Das ist ein Blöden. Das kann nicht sein. Und dann sagen sie, wenn ich da mal hören kann, was da passiert wird. Leben über dich. Von wo immer du bist und du wirst kennenzulernen. Und Gott wird meine Dinge da. Wenn wir uns heute besuchen. In einer Zeit werde ich die Garantie geben. Wenn du wirst dein Hort aufmerken und wirst sagen, Gott hier sehe ich, Gott wird nennen kommen. Gott ist nicht so noch etwas träge und sagen, no, no, no. Yes, Gott wird nennen kommen. Und da wird diese Dinge da. Und ob er eine Interessante den Kinder hat. Und da passt die Geschichte. Und das war erkannt, wie wir das waren auf ihrem Zeichen. Du wirst nicht glauben, dass Jesus dein wird. Du wirst nicht glauben, wenn er das sagen, was da passiert. Du wirst nicht glauben, dass Gott dein wird. Und immer alle werden, wo die gehen, wo die Gegen Jesus und gegen Polis. Und die versuchen alles kaputt zu bringen, weil Polis wird aufhauen. Und das zeigt von dir auch wahrer und wahrer. Wenn du absteht und sagst, wie wir haben dort dann, was Jesus sagt, wie wir haben und Menschen von ihren Sinnen wegkommen, von ihren Drogen wegkommen, von ihren Drogen wegkommen, von ihren Dann stellen Menschen ab und sagen, dass sie eine große Leibs stehen ab, so aus Brauern Leibs. Damit wir verstehen. Du wirst so kaum aus Brauern Leibs. Das ist ein großer Müll. Aber das kann nicht diese Dinge tun, denn das ist ein Gott. Und wir brauchen jemanden. Und wir wollen wirklich aufmerksam sein. Wir wollen sagen, wir wollen Gott sein wählen, wir wollen fahren und wir wollen uns nicht lassen. Aber wir wollen sagen, wir wollen sagen, wir wollen sagen, wir wollen Wir wollen sagen, wir wollen sagen, wir wollen sagen, wir wollen uns nicht lassen. sagen, wir wollen sagen, wir wollen sagen, wir wollen sagen, wir wollen frei werden. Und wir wollen sagen, Gott, du bist dein. Amen. So, das ist was mir hier sehr wichtig war. Und wir haben eine Geschichte, die sagen, wir wollen sagen, wir wollen Version, die sagen, wir wollen sagen, wir wollen die Menschen, die sagen, wir sagen, wir wollen Jüden frei werden. Und wir wollen sagen, wir wollen fahren, wir wollen fahren, wir fahren, und Gott wird seine Dinge durchführen im Namen von Jesus. Ich will sagen, wir haben vor allem, die haben Hände, die haben haben, und eine Liebe ist für dich, das nicht ist für dich, das ist wenn wir sagen, wir haben die wir haben in Kontrolle und wir beten im Freien Gott, dass er ans Wort sind, sehen über uns. Ich danke dir, Jesus, für was du da ist. Und ich danke dir, für was wir haben können, die passende Geschichte durchgehen. Wir haben gesagt, dass du in Kontrolle bist, dass du auf dem Thron bist. Oh, man, Halleluja, Halleluja. Weil du meinst, ich bin gebeten, dass ich gesagt habe, was Jesus auf dem Thron soll, mit ein Licht, ich sage nicht den, ich sage bloß ein Licht. Ich sage ein Licht, was du auf dem Thron sein soll, und check dir auf. Ich will sagen, Jesus, ich danke dir dafür, was du am Thron seid. Und ich danke dir dafür, was du in Kontrolle bist, und wir können uns nur die lehnen. Und wir können Menschen sein, aber wir können sie die lehnen. Ich bete eine passende Geschichte, die wir haben, und wir wollen auch leben. Und du sagst, du hast das getan, und du bist das wahrer Dinge, und wir glauben dir dafür. Wir glauben dir dafür, Jesus. Und ich bete für jeder einer, was du hörst. Ich bete ein Sehen über dich. Ich spreche Leben über dich. Und ich bete für die Menschen, die uns in Hunger haben, dass sie mehr kriegen, dass sie deine Wunder sein, deine Kraft sein, was du hast, Jesus Christus. Ich bete für die Menschen, die uns in Gefühle sind, die wissen nicht, was du reichst. Ich bete, dass sie heute was aufmacht, oder heute was aufmacht, oder heute was aufmacht, oder heute was aufmacht, und so sein, werden sie sein, Jesus. Und wenn sie sein, dann wird alles passieren, was du daher entfasst. Danke, Jesus, was du hier hast. Und ich danke dir, was du wieder wirst, Jesus. Und ich bete noch einmal in Sehen über jeder ein, für was immer du in deinem Leben bist, und dass du auch grob hast, um zu gehen, für dein Leben, Jesus. Dankeschön in deinem Namen. Amen. Halleluja. So, ich glaube, es sei in Wärmwiedagun. Wir haben noch viel, was wir können sagen. Wir können noch düsende Videos abmärten, von der Bibel, wo die Bibel alles sagen wird. Aber weißt du, was? Das Wichtigste ist, haben wir uns in der Heilige für Jesus, wer wir sehen, wer an dem. Und wenn wir dort waren, dann wird immer wieder, wo du all der Tag kommst. Amen. Got to see you in Hot and Shiny Teeth wieder.